Die Treat Machine ähnelt einem Kaugummi-Automaten mit Hebel, den der Hund betätigen muss, um Futter aus der Maschine heraus zu transportieren. Eine Kombination aus Plexiglas und Metall bietet Stabilität und Spaßfaktor für den Hund. Die Maschine kann schnell und bequem über den oberen Teil befüllt werden, wird dann zugeschraubt und ist schon einsatzbereit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Weiteres interaktives Hundespielzeug und entsprechende Produktvideos findet ihr unter www.docshopper.de Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020